Prüfung Telk und Goethe Start Deutsch 1 Das komplette Vokabular mit Dialogen Lektion 7 47 Wörter Los geht's! Alt Kaputt Reparieren Die Reparatur Mein Auto ist schon sehr alt. Es geht sehr leicht kaputt. Ich habe es schon oft repariert. Die Reparatur ist immer sehr teuer. Die Reparatur ist immer sehr teuer. Fertig Verkaufen Ist dein Auto schon fertig? Ist dein Auto schon fertig? Nein Besser ich verkauf es Besser ich verkauf es. Die Straße Die Straße Die Nummer 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 die Durchsagen wohin Der Bus fährt zum Bahnhof. Dann weiter zum Rathaus. Der Bus fährt zum Bahnhof. Dann weiter zum Rathaus. Ich habe die Durchsage nicht verstanden. Wohin fährt der Bus? Ich habe die Durchsage nicht verstanden. Wohin fährt der Bus? die S-Bahn schließen lesen Ich nehme lieber die S-Bahn. Ich nehme lieber die S-Bahn. Vorsicht! Die Türen schließen. Vorsicht! Die Türen schließen. Ich lese ein Buch von Garcia Marquez. Reisen Nach Nach München Zurück Einfach Das Ticket Die Tickets Die Klasse Ich reise gern Ich reise gern Ich fahre nach München hin und zurück hin und zurück Nein, bitte nur einfach. Wie viel kostet das Ticket? Erste oder zweite Klasse? Ich fahre immer zweite Klasse. 52 Euro Lange Die Sekunde Die Sekunden Die Minute Die Minuten Die Stunde Die Stunden Wie lange fährt der Zug von Zürich nach Stuttgart? 2 Stunden 55 Minuten Ankommen Die Abfahrt Die Ankunft Alles Der Dank Schön Wann kommt dieser Zug in Stuttgart an? Auf diesem Plan steht nur die Abfahrtszeit der Züge. Auf diesem Plan steht nur die Abfahrtszeit der Züge. Die Ankunft ist um 13 Uhr 32. Die Ankunft ist um 13 Uhr 32. Zweimal Stuttgart und zurück Zweimal Stuttgart und zurück Noch etwas? Noch etwas? Noch etwas? Das ist alles. Vielen Dank! Das ist alles. Vielen Dank! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Weiter geht's im nächsten Video! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Weisner Urlaub! Wo was ich schae. Schönen Urlaub?